heiho und hallo tja meine längeren zuschauer wissen schon was der zettel bedeutet für die neueren zuschauer der zettel heißt ich bin sprachlos bei tag und in der nacht also wie kam es dazu ich bin einfach zu unvorsichtig gewesen und habe nicht auf mich geachtet lichteinfluss in wasser getreten zu viel gemacht und wie es eben so ist kann ich jetzt nicht mehr reden aber egal was die meisten meinen ich bin zufrieden denn hey ich weiß das kann man kaum glauben da mir alles weh tut und ich immer mühe habe mit meinem kopf der bald platzt und die meisten denken das muss doch furchtbar sein aber ich denke schlimmer als das geht auch und wer immer lacht den hat sowas auch nicht so leicht um und so lebt es sich immer besser jammern ist immer leicht aber hilft auch nicht weiter im leben hilft auch nicht weiter im leben so kann man nicht kommt man nicht weit aber wer gutes denkt dem passiert auch nur gutes da dann auch das schlechte immer was gutes sein kann so überlebe ich und sowas hilft mir dann und mit hilfe von meinem umfeld also an alle asperger kopf hoch das ist kein weltuntergang und es geht immer weiter weiter eure ella mit mummins stimme wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020